Hände, glaube ich, noch ein bisschen Ausgaben an meiner Klaufe. Mache ich Dokumentation hier bei meiner Scheißklasse, ja? Komm doch auf den Osten. Guck in die Kamera. Ey, es ist doch nicht... 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 Komm doch auf den Osten. Ey, guck mal, ich fühl mich doch auch nicht beleidigt. Ich fühl mich doch auch nicht beleidigt, wenn du sagst, Türke. Das hat dann vielleicht wieder voll aus mit deiner türkischen Mütze schon der Scheiße. Wurst... Wurst, weil ist das so wütend? Ich verstehe das nun mal nicht. Deutschland. Wenn du dann zu irgendjemandem sagst, ja, du Ossi, ja, ich beleidigte dich. Das wäre nicht so ein... Oh, verpiss ich mir deine Scheiße. Siehst, ich sag doch, da geht's voller. Ich habe ja schon mit dem Cam. Ich habe ja schon mit dem Cam. Joker.